ich glaube der hat kein dreck am stecken, aber egal der ist in die richtung gelaufen, mal gucken der ist futsch der ist super flink, das ist bestimmt hollander getarnt mit seinen latschen, dass der dann mit einem entkommen kann guck mal, schon wieder alien zeichnungen mit gar in kalm around mit gar huh you didn't know about this and you're with soldier then here's something you should know the study of planet life speaks of the legend of weapons guardians of the planet when they sense the planet is in danger they rise to destroy that which ills the planet and this relates to the monsters how that which ills the planet sounds like they're talking about the shit good story bro they're just monsters weapons you say come on go ahead laugh it up while you can i study planet life i know what the shinra company's been up to around the world hey there little cutie pie what do you say we have some fun together oh ich hase so die kerle hm ich weiß nicht das Gesicht ist ein 3 das Rest ist auf das, was in seinem Wallet ist ich hase so die Frau okay leider kann ich da nicht laufe ich nochmal kurz zurück zu dem, dem Typen da Mail Analyse der Überfalls auf Midgarten mhm Der jüngste Angriff verlief in zwei Phasen Die erste Phase bestand aus Angriffen auf unseren Firmen Zentralo und das gesamte Midgard-Stadtgebiet Während unsere Einheiten noch mit der Abwehr dieser Angriffe beschäftigt waren, kam es zu einer zweiten Phase Bei dieser Phase konzentrierten sich die Angriffe auf das Hauptgebäude Phase 1 kann daher als Ablenkung angesehen werden, die unserem Gegner in Phase 2 zum Erfolg verhalf Wäre jetzt gedacht Auch wenn der angerichtete Schaden nicht unerheblich ist, werden die Folgen für die Weiterentwicklung des Unternehmens minimal sein Hey Digga, Stabschef der Sicherheitsbehörde So, so, so So, zu ihm wollte ich jetzt hier nochmal in die Loveless Allee Kann ich mal kurz mit ihm quetschen Here's the Intel on Spy number 1 We know We know We know We know We know Okay Wadda We know Oh OK We know naja dann fahren wir jetzt mal zu eris weiß nicht ob das sag als datum findet es ist hier die mark 93 Junge, soll ich dir was sagen, wenn sie das entwickelt haben, werden sie anschließend noch einen neuen entwickeln. Der wird dann in deinen Augen auch noch besser sein. Hi. So, das ist ein Schindler-Train. Mein Bruder ist, dass sich ein Möller-Mann für einen Schindler-Train zu sein. Okay. Wenn ich da kurz bin. Der Schindler ist endlich hier. Wenn du den Schindler machst, kannst du deinen Weg nach Sektor V. Okay. 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 Ich bin ein bisschen beschäftigt. Ja, großartig. Ich kann auch Seferoth nicht erreichen. Was ist passiert? Nichts. Er ist nur in der Datenbüchung. Er schaut nach Sachen in der Vergangenheit oder so. Ich verstehe. Ich bin ein Schindler-Train. Ich bin ein Schindler-Train. Sie sind jetzt in der Modeiheim. Oh. Ich bin ein Schindler-Train. 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 Sie werden dich holen. Okay. Okay. Ich bin ein Schindler-Train. Ich bin ein Schindler-Train. Äh, ne, ich pappt selbst auf. Außerhalb dieser Garten ist eine große, aber geschlossene Seite ist ein Park. Willkommen, Shopper. Ich bin unerquickend. Ich muss das Geld zusammenhalten. Wenn ich berechne, für die beste Rüstung muss ich einmal 2 Millionen, glaube ich, Geld ausgeben. Ey. Ey. Hey, stepp right up, Mister. We've got a lot. Nee. So, das ist Adler, to diese. All right. Hey. 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 Ich bin's. Luxurie. Erinnerst du dich? Nee. Der zweite, der gerade mit dir auf Soldatetage über Sephiroth gesprochen hat. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dich sehr bewundere. Und zwar für deine großartige Einstellung, die sich darin äußert, dass dir nie das Lachen vergeht. Aus diesem Grund würde ich dir gerne helfend zur Seite stehen. Aha. Du wirst recht viel unterwegs, nicht wahr? Ich werde dir deshalb ab und zu aus Midgard berichten. Wirst du auch meine Blumen gießen? Wirst du auch meine Blumen gießen? Oh, ich hatte hier. Huh. Zack. Ich brauche dich in Modeoheim. Ich weiß. Nur einen Moment. Erich ist nicht da. Problem? Und wie ist es, dass du kennst, Erich? Es ist kompliziert. Wirklich? Sie hat dir nichts gesagt? Nicht so. Dann nicht ich auch nicht. Dann werde ich auch nicht. Ach. Aber! Dann werde ich! Well, that's a fine how-do-you-do. Zong! Hey, guys! No signal out here. Well, at least we're all in one piece. We'll be all right. Thankfully, we have someone used to this kind of terrain. Yeah, yeah, I'm a country boy. All right, then. We would have reached Modeo High by now if we hadn't crashed. So, we're going to need to make up for lost time. All right. Follow me, then. Okay. Jemand, der weiß, was Tempus Fugit bedeutet. Hm. Ähm. Warum bin ich jetzt alleine? Ich würde aber trotzdem gerne wissen, was mich da angeht. Das wurde ja nicht gezeigt. Okay. Aber bestimmt wieder so ein Experiment von meiner Frau. Aber nicht ne Verdrohung. Bäh. Oh, das würde er niemals machen. Wolltym quarterback Wow. b fik ich an der Erieważen. ich würde門 sagen, was die Hmm WE INYES sind alle das являетсяatic. Ja, ich würde mich an. Ja, ich würde mich an. Ja, ich würde mich an. ich immer nur schön dass du zurück bist joh don't fall too far behind at least someone's keeping up well I'm a country boy too from where Nibelheim. Wie ist es? Ich? Gungaga. Hey, was ist so lustig von dem? Du kennst Gungaga? Nein, aber es ist ein Nachwärter Name. Ditto Nibelheim. Wie du da bist? Ich habe nicht, aber es gibt ein Reaktor da, da ist es, was? Ein Reaktor von Mokko outside Midgar bedeutet... nichts anderes aus. Gute News, Song! Ich und... Cloud. Ich und Cloud hier sind beide Experten von Backwater. Oh, ja! Gut, dann gehen wir. na super jetzt ist klötchen da hey super und er trägt schon damals so eine frisur ach guck mal eine intensive emotion hatte ich mit klötchen hab ja jetzt vermutet das klötchen wenigstens an meiner seite ist und ja schatz ja du hast rechts und läuft immer alleine bei final fetters und meistens hat trotzdem jetzt mal von aus gegangen dass jemand ein bisschen mehr ist aber interessant wie sie sich kennenlernen ja 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 Mein ist jetzt ein Werkaufstieg. Wenn ich die Frage nicht verstehe, dann wissen Sie, wenn Sie zusammenstehen. Wenn ich zusammenstehe. Keine Angst, wenn ich das kann, du kannst. Cloud, schau mal. Es ist Genesis. Das ist ein Mako-Excavation Test Site. Okay, ich zeige es. Unsere Hauptmission hier ist Reconneissance. Engagieren Genesis war nicht erwartet. Nicht erwartet? Also lassen sie es sein? Nichts. In jedem Fall, wir brauchen mehr Intel. Es ist möglich, dass eine größere Fortschritte stehe in der Geburt. Wie ist das, dann? Ich gehe zuerst. Wenn es möglich ist, dann schau ich nach. Dann schau ich ihn nach. Wenn ich ihn kann, dann werde ich ihn. Wenn nicht, dann schau ich. Komm schon, Mann. Ich werde das Soldaten nicht nur ein Bunches dachlos. Nein. Alles klar. Die Entschrift ist hinter dem Stift. Mach deinen Weg in von dort. Ich habe sicher, dass du es wissen. Aber es wird kalt sein. Binde deine Körpertemperatur. Wenn du zuerst gehen möchtest, dein Körpertemperaturen geht runter. es ist mal interessant zu sehen die klötchen sich also also die beiden sich da kennengelernt haben und dass er daher noch eine ganz normale fußsoldat ist nur dann grüße ich immer noch schon lieb schön dass du eingeschaltet hast ich hoffe es geht dir gut ab morgen spielst ist ein bisschen kapitel 4 ok das ist ja noch was vor dir schon krass so jung unbehandelt ein soldat in seiner er ist noch jungfräulich aber nicht diese jungfräulichkeit mein schatz hier reingeschmucken da kam nichts weiter dazu und da soll ich mich einschleichen noch nicht verdorben seitdem ich ihn gespielt habe ist er verdorben ja überprüfen und einringen noch ein bisschen umsehen taktik überprüfen überprüfen wachen patrouillieren unentwegt um die anlage herum wenn sie dich entdecken nehmen sie deine verfolgung auf sobald sie zu dir aufschließen beginnt ein kampf hinter objekten verstecken sekt kann sich den blicken der wachen entziehen indem er hinter objekten entdeckung geht deckung bietet zum beispiel stahlfässer solange du dich in der markierten bereich aufhält kannst du nicht entdeckt werden ducken mit l1 stufe 14 ok muss die nebenmissionen machen und mir auch geraten wo du weiter machst mach erst mal so ein paar nebenmissionen wer willst du er hat reis oder so spiel ok Yay.